Du bist, gibt es immer mal wieder einen Ort, an dem es eine besondere Eisrezension gibt. So auch dieses Mal. Es geht nicht um eine Eisrezension, die sich hier unter meiner Decke versteckt, sondern um dieses hier, ein Harkendass. Oh, denkt ihr sich vielleicht, der Fan kennt mir doch irgendwoher. Hat der doch schon mal getestet? Ja, hat der auch. Aber wir haben hier einen Mini-Pint mit 100ml, 87 Kalorien. Der sollte mähen gegen Schokolade. Das Besondere ist auch eigentlich nicht, dass ich dieses Eis teste, sondern wo ich es teste. Ich teste dieses Eis. In einer Höhe von 12.193 Metern, in einer Geschwindigkeit von 760 kmh, befinde ich mich gerade mitten über dem Atlantik in Richtung New York JFK Flughafen. Draußen ist es muckelige minus 58 Grad und ich wärme mich hier drinnen auf mit einem Eis. Hat schon ein bisschen lang getaut. Wie ihr wisst, das Wichtigste, sodass man sieht, dass es am Rand hier schon gut angeschmolzen ist. Es gab übrigens gerade, das ist jetzt hier natürlich nur der Nachtisch, wir wurden schon fürstlich bekocht. Es gab dann hier Spinat mit Kartoffelbüree mit Brokkoli, eine sehr geile Kombination, also Kartoffelbüree mit Brokkoli drin. Fischfilet, Muttersauce als Vorspeise, Hähnchen, den Couscous-Salat mit Minze, Brötchen, Butter, Kaffee gibt es gleich auch noch. Man wird die Fürst nicht versorgt, den Campari hatte ich schon, Nicole auch. Und jetzt als Nachtisch gibt es auch noch ein Haarklass. Das heißt, ich meine, hallo, was will man mehr? Und dazu könnte man natürlich jetzt den jeglichen Plastiklöffel nehmen, der da drin ist. Aber ich sitze ja schließlich im A380 von Singapur Airlines. Da bekommt man Löffel mit einem eigenen Logo drauf von Singapur Airlines. Ob es gibt Wein, ja, vielleicht nehme ich jetzt auch noch mal einen Cocktail oder Singapur-Sleeve, könnte ich natürlich auch machen. Oder ich könnte einfach mal das Eis probieren, wobei ich euch hier wahrscheinlich eher, na, das müsste vielleicht noch etwas antonen. Wobei ich euch hier vermute ich eher auf das, ähm, Ich muss mal kurz aufpassen hier, ich werde hier gleich nach Kaffee gefangen. Einen Moment, mal kurz, mal einen kurzen Break. Ich bekomme gleich auch meinen Kaffee und dann passt das mit dem Eis natürlich noch viel besser. So kann das jetzt hier auch noch einen Moment antauen. Sex. Ups, da ist er. Schwarz, der Kaffee, und der ist echt gut hier oben bei Singapur, ja, so wie eigentlich alles. Das ist übrigens schon mein zweites Essen bei diesem neunstündigen Fluch. Muss man eben Kaffee trinken. Oh, scheiße, ist der heiß, ey. Man ist jetzt hier zu Hause nicht im... So, das Haken-Sasse-Eis. Man kennt hoffentlich auch die Hauptrezession, wo ich das ganze große Pipe teste. Ich fand's ja ganz gut. Wurde ja auch von Stiftung warmt, das ist als bestes Schokoladen-Eis getestet. Und man schmeckt sofort die größte Zutat des Ganzen, nämlich die Sahne. Wo ist es jetzt hier? Belgisch-Zutat, frische Sahne, genau. Zuckerkondensierte Magermilch. Hier ist zusammen 23% Belgisch-Schokolade drin, die hier in Form von so kleinen Splits drin ist. Die finden wir vermutlich gleich, wenn ich da nochmal ein bisschen durchgrabe mit meinem Singapur Airlines-Löffel. Irgendwo da drinnen sind überall so kleine Splits und die sind da letztlich dann eingearbeitet in die Masse an sich. Und halt auch als kleine Dinger nebenbei. Wie gesagt, gerade mitten bei dem Atlantik, Bordzeit hier, keine Ahnung, in New York gerade 10 vor 10 morgens und wir kommen an um 11.53 Uhr. Und ich lasse mir das Eis schmecken und sage euch nur, es werden noch viele weitere schöne Eisrezessionen die nächsten Tage folgen. Dies ist die erste. Ich wünsche euch was, habt eine schöne Zeit. Lasst mir Kommentare da, vor allem, welches Ben & Jerry Eis aus den USA soll ich testen? Guckt euch mal durch, was gibt es, was ist interessant für euch und was muss unbedingt probiert werden? Oder auch welche andere Eismarke aus den USA? Halo Top steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste. Was noch? Sagt mir Bescheid und bis dahin. Tschö.